rathaus fassade anfang des 17 jahrhunderts hatte der magistrat der reichen hansestadt bremen den baumeister und architekten lüder von bentheim damit beauftragt vor ihr altes gotisches rathaus von 1400 eine moderne renaissance fassade zu stellen von bentheim ließ zunächst den mittel trakt des alten rathauses abreißen und ersetzte die seite zum marktplatz durch einen mittelrisalit der oben in einem pflantrischen giebel ausläuft seitlich wurden von ihm zwei zwerchgiebel eingezogen für das erdgeschoss plante er arkaden über die gesamte breite des hauses mit dieser gestaltung entsprach er dem gesteigerten selbstbewusstsein der bürger bremens die acht figuren zwischen den fenstern im oberen teil wurden von der alten gotischen fassade übernommen sie repräsentieren kaiser karl den großen und die sieben kurfürsten besonders reichhaltig ist der bildschmuck auf dem fries über den arkaden sowie zwischen den elf bögen überall entdeckt der betrachter menschliche wesen engel und fabeltiere nicht immer erschließt sich deren symbolgehalt in den dreiecksfeldern die sich zwischen den bögen auftun finden sich nicht weniger als 22 darstellungen weiblicher allegorien zum teil sind die frauen nur wenig bekleidet zum teil sogar ganz nackt diese freizügigkeit überrascht angesichts der ansonsten eher lustfeindlichen haltung der bremer kalvinisten die frauenfiguren repräsentieren tugenden wie mütterlichkeit fruchtbarkeit tapferkeit weisheit großmut kunstverstand vernunft und so weiter dazwischen gibt es eine darstellung mit einem auf allen vieren kriechenden papst auf dessen rücken reitet eine weibliche figur als symbol der weltlichen macht eine andere darstellung bei der jemand wein mit wasser verdünnt ist als aufruf zur enthaltsamkeit und mäßigung zu verstehen besondere aufmerksamkeit verdient die frauengestalt mit dem huhn links vom zweiten bogen hier wird bezug genommen auf den gründungsmythos von bremen eine kleine menschenschar die sich auf der flucht vor feinden befand kam die weser heruntergefahren auf der suche nach einem sicheren ort erblickten sie auf der bremer düne eine henne wie sie dabei war für ihre küken im dickicht ein nest zu bauen die flüchtenden verstanden dies als zeichen gottes und beschlossen an dieser stelle anzulegen und zu siedeln dies ist eines von mehr als 2000 scribe videos scribe videos gibt es zu über 100 städten in deutschland von a wie aachen bis w wie würzburg mit der scribe app haben sie zugriff auf alle 2000 videos und können bei ihrem individuellen stadtbummel mobil durch die videos einer stadt navigieren testen sie die scribe app kostenlos so so Vielen Dank.